Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 5723 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Achte immer darauf, wer hinter dir steht. Es könnte ein Dieb sein, der dein Smartphone stehlen will. Achte immer darauf, wer hinter dir steht. Es könnte ein Dieb sein, der dein Smartphone stehlen will. Wie viel Kokosmilch ist in einer Kokosnuss? Wie viel Kokosmilch ist in einer Kokosnuss? Nach der Ernte liegen die Heuballen zur Abholung auf dem Feld. Die drei bestellten Pizzen wurden wie immer pünktlich geliefert. Die drei bestellten Pizzen wurden wie immer pünktlich geliefert. Mama und Papa gehen vor mir her über die grüne Wiese. Sie halten sich an den Händen. Die Pflanze braucht dringend Wasser, sonst vertrocknet sie. Die Pflanze braucht dringend Wasser, sonst vertrocknet sie. Die Pflanze braucht dringend Wasser, sonst vertrocknet sie. Lösungen können wir nur finden, wenn wir uns aktiv mit den aktuellen Fragen auseinandersetzen. Lösungen können wir nur finden, wenn wir uns aktiv mit den aktuellen Fragen auseinandersetzen. Lösungen können wir nur finden, wenn wir uns aktiv mit den aktuellen Fragen auseinandersetzen. Müssen diese Pakete heute noch alle ausgeliefert werden? Müssen diese Pakete heute noch alle ausgeliefert werden? Müssen diese Pakete heute noch alle ausgeliefert werden? Unsere Strategie ist klar. Wir lassen uns auf nichts ein und machen erst einmal Dienst nach Vorschrift. Unsere Strategie ist klar. Wir lassen uns auf nichts ein und machen erst einmal Dienst nach Vorschrift. Unsere Strategie ist klar. Wir lassen uns auf nichts ein und machen erst einmal Dienst nach Vorschrift. Apotheker sind wichtige Mitglieder des Gesundheitsteams und leisten einen wertvollen Beitrag zur öffentlichen Gesundheit. Apotheker sind wichtige Mitglieder des Gesundheitsteams und leisten einen wertvollen Beitrag zur öffentlichen Gesundheit. Apotheker sind wichtige Mitglieder des Gesundheitsteams und leisten einen wertvollen Beitrag zur öffentlichen Gesundheit. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.